Dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Achtung, Achtung! Hier spricht der Gleichsatzkanal. Sie werden Zeuge einer Folge Nummer 36 der berühmt-berüchtigten Philosophen-Trilogie Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik. Am Apparat wieder einmal euer Lokführer Hannibal in der Version Halbschatten. Die Nummer 185 eröffnet die Folge 36. Felix Maria Goldner, der Begriff der Geltung bei Hermann Lotze. Dort heißt es, die Frage der kantischen Vernunft, Kritik gibt es eine Wissenschaft von der Wirklichkeit. Sollte es Wissenschaft im prägnanten Sinn des Wortes geben, so müsste diese zu Sätzen gelangen, die unbedingt sicher sind und nicht durch Erfahrung umgestoßen werden können. Es gibt aber nur eine Bedingung, unter der das möglich ist. Die Sätze dürfen nicht aus der Erfahrung stammen. Das heißt, der Grund ihrer Wahrheit darf nicht in der Erfahrung liegen, wie dies meist der Fall ist. Denn was die Erfahrung gibt, kann sie jederzeit auch nehmen. Was schließen wir daraus für unser Thema? Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik. Hier geht es um die Kritik der reinen Vernunft und die maßgebliche Frage darin lautet nach Goldner, gibt es eine Wissenschaft von der Wirklichkeit? Also gibt es eine Erkenntnis der Wirklichkeit? Gibt es eine Erkenntnis der Natur? Die Kant positiv beantwortet, es gibt für Kant überhaupt keine andere Möglichkeit, weil er an das Verstandesvermögen, das Allgemeinverbreitete, die potenzielle, wie ist das, Disposition, das habe ich gesucht, die Disposition jedes Menschen zum vernünftigen Denken, so in der Art 2 plus 2 ist 4, Jedermanns Verstand, jedermanns Bewusstsein, das ist der Grundgedanke der Rationalität und auch des Empirismus, dass eben dieses, jeder, dass diese Erkenntnis allgemeingültig verbreitet ist, jeder Mensch nimmt sozusagen an ein und derselben Wirklichkeit teil und kann diese auch wie jeder andere erkennen. Und nun heißt es hier bei Goldner, sollte es Wissenschaft im prägnanten Sinn des Wortes geben, so müsste diese zu Sätzen gelangen, die unbedingt sicher sind und nicht durch Erfahrung umgestoßen werden können, weil Erfahrung ist nicht sicher, bietet eine gewisse Wahrscheinlichkeit, aber eben keine Sicherheit und das ist genau diese Exzentrität, die schon einmal beim Unterschied zwischen Kreis und Ellipse angesprochen wurde, die dann auch nur der kleinste Unterschied kann dann dazu führen, dass die Erfahrung nicht mehr greift. Ein ganz bekanntes Beispiel in Bezug auf die Erfahrung ist, dass er von einem Taschengieb bricht bzw. von Taschengieben, wo der eine gute Erfahrungen macht bzw. nicht gefasst wird und der andere eben schlechte Erfahrungen und dann hinter Gitter wandert oder wie auch immer die jeweiligen zeitgenössischen Strafen da ausgesehen haben. Diese Erfahrungen sind letztlich willkürlich, auch wenn es jetzt in vieler Hinsicht eine große Wahrscheinlichkeit besteht, dass sich eine gemachte Erfahrung wiederholt, dass ich, wenn ich jetzt eine Tür öffne, dass die Tür dann offen ist oder wenn die Tür geschlossen ist, dass die auch geschlossen bleibt, wenn niemand jetzt darauf einwirkt und sie öffnet. Also es gibt jede Menge Erfahrungen, die sich immer wieder wiederholen, aber es gibt dann diese Erfahrungen, weil sie eben auf Vergangenes rekurrieren, machen im Grunde genommen Neues unmöglich. Und wenn diese Erfahrungen so hundertprozentig immer die Verhältnisse darstellen könnten, dann könnte es nichts Neues mehr geben. Also es müsste alles deterministisch ablaufen und in der Richtung gilt dann auch Kant's Ausspruch, dass wenn das Ding an sich erkennbar wäre, also wenn es eine objektive Erkenntnis der Welt gäbe, dass es dann um die Freiheit geschehen wäre, also so dem Sinn nach. Das ist der große Widerspruch und deswegen ist auch peinlich, darauf zu achten, wo diese Möglichkeiten liegen, wo etwas nicht determiniert ist und eine Notwendigkeit vorliegt, die keine ist, wo eine Allgemeingültigkeit behauptet wird, die keine ist. Denn darin liegt die Freiheit gewissermaßen. Nicht nur des Menschen, sondern auch der Natur, wenn man so will, dem Unbekannten etwas, das nicht ich selbst bin. Also nochmal zurück zu Goldner. Es gibt aber nur eine Bedingung, unter der das möglich ist. Ja, die Sätze dürfen nicht aus der Erfahrung stammen. Ja, da gibt es eigentlich nichts mehr weiter zu sagen. Die Erfahrung kann sich jederzeit wieder nehmen. Und das ist dann eben die Frage, ob es dann ohne Empirismus eine Erkenntnis der Wirklichkeit gibt. Kant meint, das bejahen zu können, aber ich aber sage euch, diese Allgemeingültigkeiten und das, was Wissen genannt wird, ist nur der Name. Und dieser Name bedeutet etwas im Sinn eines Interesses, das verfolgt wird. Und in diesem Sinne gibt es nur subjektive Wahrheiten. Wahrheiten für mich, aber nicht Wahrheiten, die gleichermaßen für alle gelten. Sprich, Wahrheiten an sich, weil es sich dabei um einen Absolutismus handelt, der wie jeder Absolutismus als göttliche oder königliche Autorität nicht akzeptabel ist, weil dadurch die menschliche Logik flöten geht, wenn man so etwas akzeptiert. Man handelt sich im Grunde genommen durch solche Kompromisse oder Inkonsequenzen eine Vernichtung der menschlichen Vernunft ein. Und das kann auf Dauer nicht im Sinne des Urhebers sein. Soviel zu Goldner. Kommt nochmal. Oh, Felix-Goldner-Spiele. Noch dreimal. Aber die erste Nummer war gar nicht so schlecht. Dann wollen wir sehen, was die nächste spricht. 186. Wir glauben an die Richtigkeit synthetischer Sätze a priori. Aber die Berechtigung unseres Glaubens ist noch nicht bewiesen. Denn unser Für-Wahr-Halten ist kein Beweis für die Wahrheit. So steht im Mittelpunkt die Frage nach der Anwendbarkeit der Kategorien, das heißt der synthetischen Apriorika, auf die Objekte. Objektive Gültigkeit heißt demnach Gültigkeit hinsichtlich der Objekte. Und Gültigkeit bedeutet, das Anwendbarsein sicherstrecken der Kategorien auf Dinge, der Erfahrung, ihre Eigenschaft, den Stoff der Sinneserfahrung zu formen und formend zu beherrschen. Also wie schon einmal in einer der früheren Folgen erwähnt, der Begriff der Gültigkeit und die mannigfaltigsten Bedeutungen, die dazu im Umlauf sind, wäre einer gründlicheren Untersuchung wert, aber sowas passiert nicht. Es wird vereinzelt, wird etwas gearbeitet über die Frage der Geltung. Der Nebel in Bezug auf diese Art der Verwendung dieses Begriffs ist immer noch undurchdringbar. Es gibt im Grunde genommen keine Literatur, von der aus man sagen könnte, dieser Problembereich ist erforscht. Da lauern, da sind noch jede Menge Doktorarbeiten auf Halde, möchte ich sagen. Denn der Begriff der Geltung ist nicht nur in sprachphilosophischer, sprachpsychologischer Hinsicht ein sehr wesentlicher, sondern auch in überhaupt in philosophischer und dann auch in juristischer Hinsicht sowieso. Die Frage, wie überhaupt eine Geltung zustande kommt, etwa einer Behauptung, da herrscht sehr viel Unwissenheit und diese Unwissenheit ist immer zugunsten der Herrschenden, die sich diese Unwissenheit zunutze machen, der Gestalt, dass sehr viel an Legitimation nicht in Frage gestellt wird, was eigentlich in Frage gestellt gehörte. Aber zurück zu Goldner. Er schreibt hier, es wird an die Richtigkeit synthetischer Sätze a priori geglaubt, das heißt, die Anwendbarkeit der Kategorien wird geglaubt, dass die Kategorien anwendbar sind, im Grunde genommen. Und also steht im Mittelpunkt die Frage der Anwendbarkeit der Kategorien. Das, was a priori vorhanden ist, also im Vorhinein, das sind Kategorien beziehungsweise Begriffe, die bei Kant sind, das 10 oder 12 und Aristoteles hat da auch schon gemeint, man könnte alles, was da philosophisch von Bedeutung ist, nach gewissen Grundkategorien einteilen, nach denen man dann alle weiteren logischen Fragen in der Ableitung dann und Probleme lösen, beantworten könnte. Das ist natürlich vollkommener Schwachsinn, weil die die Frage der Anwendbarkeit der Kategorien nicht nur Kant in seiner Kritik der reinen Vernunft da als ganz wesentlich beschäftigt, sondern auch im Nominalismus ein wesentliches Thema ist, im Grunde genommen das Hauptthema im Nominalismus, aber auch in der Erkenntnistheorie. Mit welchem Recht wird irgendein Begriff auf irgendeine Sache angewendet? Und da vertreten wir hier, das heißt ich und noch ein Schüler, möchte ich sagen, die Meinung, dass zwischen Wort und Sache eine Inkommensurabilität besteht. Also die uralte Frage nach der Erklärbarkeit der Natur kann so beantwortet werden, dass wir den inneren Kern der Dinge oder wie das schon formuliert worden ist, uns diesen, der Natur, dem Kern der Natur, er wird sich uns nicht offenbaren oder so ähnlich. Und auf diese Erkenntnis, der Unmöglichkeit einer objektiven Erkenntnis, hat es dann alle möglichen Nebelwerfer gegeben, die da der breiten Masse unter allen Umständen ausreden mussten, dass sich hier das nicht wichtig ist, dass es keine Rolle spielt, dass das irgendwie Hirngespinste sind von irgendwelchen Skeptikern, die an allem zweifeln und dann müssten sie auch an sich selber zweifeln. Solche Schlaumeier sind dann ins Spiel gebracht worden. Die Frage steht nach wie vor und kann mittlerweile mit gutem Gewissen in der Gestalt beantwortet werden, dass alle diese Objektivitätsapostel auf dem Holzweg sind und es Zeit wird, diese Ära des allgemeingültigen an sich Wissens zu beenden, um sich mit mehr Erfolg den drängenden gesellschaftlichen Problemen widmen zu können, um auch eine Logik zu haben, die gegenüber allen möglichen bisherigen historischen, möchte ich schon fast sagen, Ideologien im Vorteil sind und die als altes Eisen oder gar als auf den Müllhaufen der Geschichte wandern lassen. Diese objektivistische Logik, die von 90 Prozent der Bevölkerung als Inbegriff einer Vernunft geglaubt wird. Also objektive Gültigkeit heißt demnach Gültigkeit hinsichtlich der Objekte und Gültigkeit bedeutet es anwendbar sein. Und dieses Anwendbarsein ist gar keine Frage. Sicher sind diese Kategorien anwendbar, aber nicht von einem erkenntnislogischen Grund her, der sozusagen erkannt werden kann, sondern nur in Bezug auf einen bestimmten Zweck, der verfolgt wird, werden Begriffe gebraucht und dieser Zweck wird dann erfüllt, Bedürfnisse, Interessen werden befriedigt und damit hat sich die Geschichte. Das ist alles, was da erkannt werden kann, dass Leute ihre Interessen verfolgen und dass jeder seine eigene Meinung hat. Ein Recht auf eine überindividuelle Wahrheit gibt es nicht. Das heißt, ist nicht mit Gründen belegbar, mit Gründen, die nicht allen möglichen, noch besser begründeten Widersprüchen begegnen. Das heißt jetzt aber nicht, dass der Beliebigkeit Tür und Tor geöffnet ist. Da sind wieder dann die Schlaumeier hier haben das Wort und werfen die Befürchtungen eines ausbrechenden Chaos und dergleichen in die Diskussion. Das ist alles Blödsinn, da braucht man sich nicht drum kümmern. Die Sache ist die, dass es darum geht, ethische Normen zu finden, die Rangfolge der Wertvorstellungen zu erarbeiten, möchte ich sagen. Und dazu gehört auch vordringlich ein Erziehungssystem, dass die Leute auf ihre demokratischen Pflichten vorbereitet, ihre Urteilskraft stärkt, sodass dann durch ein gemeinsames Votum, das von qualifizierten Meinungen gebildet wird, dann eine Ordnung zustande kommt und auch die entsprechenden, wie das jetzt auch ist, macht man Monopole dafür Sorgen, dass diese Ordnung auch befolgt wird, aber eben mit ganz anderen Prioritäten und Vorrechten in Bezug auf eine menschliche Gesellschaft, sage ich mal. Und was das alles sein soll, was das Menschsein bedeutet, das sind alles Fragen, die dann kontrolliert, mit denen man sich dann konfrontiert und Widersprüche klärt. Die Macht, die durch Geld oder andere außervernünftige Gründe da zustande gekommen ist, hat dann in Zukunft auf alle Fälle nicht mehr das Sagen, sondern ist nur ein Gesichtspunkt, unter anderem, der jetzt, wo das jetzt nicht verteufelt wird in dem Sinn, sondern es wird, es findet sich alles auf seinem Platz, wo es hingehört, so dass eine praktikable und auch eine gerechte Ordnung, eine freiheitliche Ordnung zustande kommt. So schaut das aus. Ich muss jetzt nochmal, fünf Minuten heißt es hier, da geht noch was. Also nochmal, zum letzten Mal für heute, Felix Goldner, das Denken ist kein einfaches hinnehmen, des Wirklichen, kein passives Anschauen, sondern Tätigkeit. Jede Handlung des Denkens aber besteht in einem In-Beziehung-Setzen mindestens zweier Vorstellungen zueinander. Gleichsetzung und Unterscheidung zweier Inhalte können hierfür als Beispiel dienen. Denn sie sind es, die immer stattfinden, nicht nur, wo wir Allgemeinbegriffe bilden, sondern schon, wo immer wir eine Vorstellung mit einem Namen fixieren. Also zuerst einmal, das ist auch eine der grundlegenden Folgerungen, die die Zerstörung, die Abschaffung der allgemeingültigen Logik mit sich bringt, dass das Denken als Subjektivität, als Aktion, als, dass das Subjekt als Akteur verstanden wird. Denn das Denken ist kein einfaches Hinnehmen des Wirklichen, in dem Sinne, dass etwas gegeben ist, als Sinneserfahrung oder überhaupt Erfahrung, dass etwas gegeben ist, das ist kein Denken, ist kein einfaches Hinnehmen des Wirklichen und kein passives Anschauen der Gegenstände, wie das im klassischen Empirismus so gepredigt und praktiziert wird. Das findet alles vollkommen entsubjektiviert statt. Und verstehe ich vom Subjekt her nicht nur die Welt, sondern auch das Denken und das Bewusstsein konsequent, dann ist das klar allein schon bei der Begriffsbildung. Da geht diese Tätigkeit los, dass eben Begriffe gebildet werden. Und wenn ich nicht einfach alles auf mich einprasseln lasse und dann nur meine Kategorien und Begriffe so ausspucke, wie ich das quasi als Automat gelernt habe, dann ist das das genaue Gegenteil von dem, was eine relativierte Anschauung, ein Relativismus in dem Sinn bedeutet, dass die Dinge nicht mehr einzeln isoliert an sich betrachtet werden, sondern im Vergleich zu das alles nur Sinn macht. Dass etwas nicht groß ist, an sich groß, so etwas gibt es nicht, das ist Blödsinn. Groß ist etwas nur in Bezug auf etwas noch Kleineres und dasselbe groß kann in Bezug auf etwas noch Größeres Kleinsein. Und ich denke mal, so etwas in dem Sinne bin ich dann auch der Meinung, dass man so etwas kapieren kann und dass so etwas auch jemand, der noch nie von irgendetwas eine Ahnung gehabt hat, dass man ihm das verständlich machen kann. Das ist jetzt aber ein, deswegen betrachte ich mich nicht als Rationalist, denn es ist immer noch so, dass jeder Einzelne das begreifen muss. Es gibt da nicht ein an sich Begreifen, das über allem schwebt und dem sich dann die Einzelnen dann irgendwie da was erkennen oder begreifen. Es wird etwas begriffen, aber das ist immer ein einzelnes Subjekt, das etwas begreift und nie eine Sache an sich und es gilt auch nie etwas für alle an sich, sondern in dem Maß, wie jeder Einzelne irgendetwas begreift. So kann sich in bestimmten Punkten oder in einer bestimmten Thematik dann eine Mehrheit durch Zustimmung und durch Anerkennung bilden, was aber Anerkennung und Zustimmung alles ethische Qualitäten sind. Gleichsetzung, Unterscheidung sind auch solche Vergleiche eben anstellen und dann komme ich dazu, dass ich etwas als gleich betrachte, aber nicht an sich, sondern in Bezug auf meinen Zweck, dass ich in der EU nur gerade Gurken habe und alle, die nicht gleich sind und krumm sind, die bleiben im Raster hängen. So, das ist der Zweck, das Prinzip alles zweckbedingt und alles zweckrational und mit der Unterscheidung ist es nicht anders und das wäre es für heute. Ich verabschiede mich Folge 37 geht dann mit 188 weiter, ziehe ich mal ein bisschen breiter, damit sich das unterscheidet, damit ich weiß, dass es hier weiter geht und nicht das ähnlich herumgescrollt wird und dann muss ich mich beim nächsten Mal dann wieder fragen, ich glaube, das habe ich schon mal besprochen und dergleichen. Also, bis, Freunde der Butterblume und out. aus. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017